Ich bin Franky Warlack, Spitznamen habe ich Flasch, ich bin schon 20 Jahre trainiert, ich bin 40 Jahre alt, trainiert beim NMA Vienna, habe ich schon fast 90 Gruppekämpfe, neun Weltmeisterschaft Titel habe ich schon gewonnen, 49 K.O. ist hiergegangen und jetzt kämpfende Weltmeisterschaft gegen Marco Babic auf Holland und ich hoffe, ich hole ein effizienter Titel. Ich habe Konditionstraining für den Sakopane Hochhebirge gemacht. Ich trainiere zweimal taglich mit guten Leuten, viel Sparing machen und ich bin 1000% vorbereitet für diesen Kampf. Und ich wollte bedanken meine Sponsoren. Ohne Sponsoren kann ich trainieren, kann ich kämpfen. Und vielen, vielen Dank für alle Sponsoren, für meine Familie, was mir unterstützt. Und ich wollte nicht sagen, Marco, Puzzle, ich meine Loke. Das ist alles Problem beim Rynken. Vielen Dank für die Danke, danke. Ich freue mich immer auf meine Galle. Danke!